nicht durchziehen Euro das war einer zu viel BK eben eher hin alle der Kulte Kanzel im Entschuldigung Und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5 Und ich hab's nicht dabei Natürlich Natürlich hab ich's nicht dabei Natürlich hab ich's nicht dabei Tralalala Das passt überhaupt nicht irgendwie zusammen Ich hab grad gesungen Ach so Ich hab's hier bei der Wand da nochmal was wegnehmen Was mach ich? Ach ich lass die Tür offen kommen Es kommt eh die Streifen hier Wenn man schnell durch kann man schnell wieder raus So Ich hab's nicht gesporned hier Hier wieder Ich dachte jetzt wär ein Creeper Was machen wir ein Hühnchen Was machen wir ein Hühnchen? Was machen wir ein Hühnchen? Was machen wir ein Hühnchen? Und natürlich hier der ganze Müsst wieder raus Ach Mensch Ich hasse es mich zu verrauen Kann man mal alles schön Kann man mal alles schön bekreisen Warum kommt hier dauernd Battlefield? Ich hab 3-4 Battlefield Lieder da drinnen Die kommen hier ähm ... ich mach die komplett raus Ich mach die komplett aus Ansonsten kommen die hier noch zehnmal das kam doch heute schon meine playlist ist nicht für lange stunden ausgelegt ich wollte noch mal zu den skin erzählen wo ich es gerade gesehen habe das ging ist jetzt noch nicht einhundertprozentig gut nachgemacht und zwar ich denke mal ihr kennt das Video Falling Kingdom was von Captain Sparclays gemacht wurde und ja ich habe mich einfach inspiriert gefühlt habe einfach mal dem skin nachgemacht weil er hat mir gut gefallen und schneiden und rechtfertigen muss ich mich nicht warum ich hier so ein Skinner Zeug für mittelalter Skinner so ein Prozent das weiß ich wenn ich jetzt Kapitän werde das können wir auch machen Schiffbau und Kapitän werden Zeugs das ist ganz nach hier das stimmt und hier stimmt es schon ach ja ich packe das Ding einfach mal voll hier so das stimmt ich glaube ich habe das hier ich glaube ich habe das den Vorbau da noch zu ich glaube ich habe das ausgebaut still mal gucken aber eigentlich stimmt's überein ganz schön sehen von der Brom auf 4, wievier haben wir jetzt? Aua... 3 und und noch mal ein bisschen Zeus hier holt hier aus der Kiste, äh ich aus der Kiste aus der Ofen wir müssen bald wieder auf Anni, wir haben noch ein Steck hier mach ich mal hier einfach mal, weil ich so gewieft bin im zweiten Ofen, dann geht das schneller wir werden viel von dem Zeug brauchen wie man hier so so leicht erkennen dürfte und dann ab hier muss ich zählen und drauf so eine für zäune bräuchte ich schaffe ich das mit dem schiff aber genau gut für zäune habe ich dann bruch ich noch den hundsen clean stone ein noch und dann gucke ich gerade auf die uhr ach wir haben noch acht minuten dann beendet sich erst mal aufnahm session jetzt muss ich anfangen zu basteln mache ich immer so dass wir noch 32 haben ich mag das immer nicht so ungerade zahlen und genau 30 dann machen wir hier noch ein paar kriegen wir auch nicht genau 30 hin oder eher ein bisschen von dem holz denn hier so ist noch zwölfter das ist ja das foto hier 1 2 3 4 ja hier muss es hin und dann das ist und dann und im 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 juli ich habe schon wieder ein schnitt gemacht genau überlegen ob ich den Pfosten dann zu dem Ganzen machen aber das wird sich dann nachhinein entscheiden jetzt erst mal nach oben wieder ich bin ja unabsichtlich runtergefallen ich habe mich angst dass es zu hoch werden könnte aber bisher habe ich mich selbst nie enttäuscht sie hat immer gehalten was ich gebaut habe so hoch und jetzt klack 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 ich glaube das Holz reicht nicht nein das reicht nicht zwei fehlen dann mache ich jetzt mal die Werkbank so dass ich die dann von unten wieder abbauen kann so ich sag schon wieder ganz viel so 2 3 mach ich das jetzt so oder mach ich das jetzt so oder auch und jetzt reicht gerade genau 22 22 hier noch das Zeug zum hinpflanzen Das ist doch nicht die Wahrheit. So, hüpp, hüpp. Ähm. Hallo? Wer ist da? Ich glaube, unter unserem Haus ist eine Höhle. Und das kann ich mir jetzt nicht erklären. Oder ich habe, äh, falsch zugebaut. Das ist natürlich nervig, wenn der jetzt zum Hirn vergrühlt. Ich will den noch mal nicht suchen. Ach, jetzt wollte ich ja Tabulator drücken, um zu gucken. Wir haben noch alles aufzureißen. Ach, Mensch. Okay. Jetzt kann ich da wieder... ...das finden. Auf jeden Fall mehr Treppen als die Halb-Steps hier. Es sei denn, ich mach die mal von unten so schräg dagegen. Sieht vielleicht auch gar nicht so schlecht aus. Ich mach jetzt erst mal Folgendes. Unter und ab in die Haier. Ähm. Fail ist grüßen. Noch. Ne. Fällig sind schwierig. Ich hab vor derja. Ich kann gerne alle... ...verbraten hier. ...nein 60. Ich mache das jetzt einfach mal von unten. Na, so. Eigentlich reicht's ja, wenn nicht einen Halbstepalmachen. Seht jetzt nicht unbedingt so sehr. Hier sind Grafkopf. als die anderen. So. Aber wieder was berüchtigt ist so. Ach, Mensch. Ich kann nicht gerade laufen. Ich hab schon wieder zu viel getrunken. Ach, ja. Ist das schön. So, ich beendete auch gleich die Aufnahme. Ich glaube, die wird schon hier auf dem neuen Dach beenden. Weil ich mir hier keinen Hochrang gelassen habe, kann ich hier auch super aufs Dach klettern. So, ich bin hier auf dem neuen Dach. Ich muss doch nur nicht zu hoch werden. Ich vermisse noch eins, ach nee, zwei kommen noch. Hier kommt noch. Ich mal das mal ganz kurz hier so in Gedanken auf. Das kommt, dann kommt es da, 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 da. Okay, das ist dann der langsame Anstieg. Ja, das passt. Dann muss ich hier vier oder fünf. Eins, zwei, drei, vier. Bin ich jetzt richtig? Eins, zwei, drei, vier, vier. Hier wäre die Decke. Das heißt, dann kommt ich hier so raus. Das heißt, hier, das wäre dann schon die Fenster eben. Okay, eins, zwei, drei, vier. Passt. Mensch, kann ich mitbauen. Eigentlich stinkt, aber das ist mir jetzt sowas von egal. So, jetzt muss ich mir jetzt fertig. Also, jedenfalls, das was ich jetzt noch habe. Auf der letzten Minute nochmal gefehlt. Okay, gut, so. Und wir fahren dann noch ein bisschen vom Spawners Zeug rein und alles. Ach ja. Jetzt erst mal, ähm, Happy Birthday und, äh, ja, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Tschüss.